Hi Leute, ähm, wie ist das denn noch? Ich hab's schon offen. Sehr weh. Und ich hab heute diesen Manga gekriegt. Ich hab mich ja durchgelesen. Ich hab vorher noch ein Video gemacht, aber es war wegen der Musik. Sie, naja, konnte nicht aufgenommen werden. Es wieder hier lesen kann. Und jetzt lest ihr jetzt einfach mal dies noch. Es war ein schöner Manga. Es war ein harter Tag. Sagen wir es einfach so. Schöner und harter Tag. Also, es war ein schöner Manga. Und für mich war es ein harter Tag, weil ich hab heute keine Zeit gehabt. Und wenn du das hörst, Lena, sorry, dass ich keine Zeit hatte. Ja, ähm, das war's von mir. Und ich hoffe, euch hat das Intro aufgefallen. Ich mach's aber bis, wenn ich ein Manga-Update mach. Okay? Bye.